Ein herzliches Willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. So, wir haben den Greif jetzt erledigt in der letzten Folge. Jetzt werde ich Folgendes machen. Wir sind ja jetzt auch fast schon vor Batal und ich hatte doch noch so einen dämlichen Auftrag. Gott, hier ist aber auch noch viel zu erforschen. Uiuiuiui. Hm. Hm, vielleicht sollte ich das auch mal angehen. Kann ich hier auch runter? Das ist jetzt nicht unbedingt. Dann würde ich sagen, wir gehen hier hin. Und auftragstechnisch will ich auf jeden Fall bei diesen Vergiftung weiterkommen. Gucken wir mal kurz zur Karte. Das ist vor der... Ne? Ja, das ist im Prinzip vor der Hauptstadt. Okay, das ist nicht schlimm, aber... Jetzt gehen wir mal... Äh, ja. Hier irgendwie raus. Ah, und schon wieder ist es dunkel und nachtig. Ich hasse es hier nachts rumzurennen. Das ist wirklich ätzend. Das muss ich zugeben. Sehr ätzend. Ja, ausruhen wäre auch nicht schlecht. Vor allem für das Finges, Mother. Warte. Hier. Nix. Ja, okay, wir können weiter. Da hinten ist was. Seht ihr es? Materials, ey? Na gut, dann greifen wir es halt an. Quatsch. Oder ne, wir greifen es vielleicht nicht an. Doch, wir greifen es an. Wo, 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 wo? Achtung, Alarm. Ey, ich habe zuerst geschlagen. Ja, ich bin okay. Es war aber jetzt nervig. Äh? Was will der von mir? Oh, Achtung. Zauberer. Schnell weg. Falls hier... Ja, genau. Ich habe es doch geahnt. So. Du Sack. Bleib da unten. Ich hole mir diesen Typ. Was macht er hier? So, das war nix. Diese Schildattacke ist echt wertvoll. So, haben wir es jetzt. Ne, da ist noch irgendwas. Seht ab da. Haben wir jetzt? Wo ist noch einer? Derrick, well done, Master. Ja, haben wir gut gemacht. Immer in dieser Kack-Nacht rumrennen. Das nervt mich schon ein bisschen. Ja, ist ja gut. Hä? Noch wer? Komm jetzt weiter. Skelette da. Da haben wir irgendwas. Du nicht, mein Freund. Oh, da ist ja noch einer. Passt. Du bist der Nächste. Oh, das war nix. Ah, wieder daneben. Da ist noch einer. Hey, 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 hey. Alter, wie viel sind da noch? Manche Schlachten können nicht gewonnen werden. Oh, doch. So, wo ist jetzt der Du, Tim? Warte, 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 warte. Hast du irgendwelches geiles Zeug? Bleib doch mal stehen. Bleib stehen. Bitte, bitte, was zum Pennen. Ah, nee, Schiebdreck. Ist doch scheiße. Ich hoffe, ich habe dich wiedersehen, Herr Long. Aber ich habe da oben noch was gesehen, wenn ich ihn schnell angucken werde. Und zwar... Ah, nee. Ich dachte, der ist kaputt. Okay. Warte, mal sehen wir, wir sehen noch andere. Du bist ja noch ein Händler, oder? Oh, du bist so cool. Oh, nee, das ist der normale. Welche Weg? Was ist denn das da hinten? Oh, shit. So. Du nicht, mein Freund. Was macht der denn? Ey, der verarscht mich. Leben auf den Schwanz. Das hört sich eigentlich auch pervers an. Aber das gibt schön dick Schaden. Ich bin hier direkt am Wasser. Okay, das ist ja gekackt. Es gab mir eigentlich keinen Bock drauf vom Wasser direkt lang zu latschen. Was hatte ich da eigentlich gerade für ein geiles Licht? Kann ich den aufheben? Warte mal, wo bin ich? Ich will mal was gucken. So, einmal. Oh, auch noch wie ein Haufen Zeug. Aber solche Sachen sucht man dann am Tag auf, wenn es sagen... Okay. Äh, unten wird gekämpft. Dann, Oster, nichts! Oh, der liegt auch am Boden. Das ist der andere Vogel. Was sind das? Knacker. Okay, witzig. Knacker. Was drin ist hier jetzt? Ne. Ja, noch nie so richtig angeguckt. Irgendwär jetzt was, aber... Ja, wie gesagt, das... Ah, da war was. Zum Aufsammeln. Sammelt endlich das Zeug auf! Verwarne euch hiermit. Oh, shit. Das war ja mal gar nichts. Kommt sicher noch einer irgendwo? Tja, jemanden? Ja, hab ich sehen. Ich hoffe mal, lieber schnell weiter, oder? Äh, können weiter, weiter. Oh, interessant. Jetzt liegt da am Boden. Fehlen! Da ist irgendwas dickes. Okay, alles klar. Wo? 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 Ich sehe nichts. Oh, in der Nacht. Das passt mir gar nicht. Da ist was? Was ist das, ah? Ja, noch mehr von dem Gesocks. Ah, toll. Jetzt ist das Ding auch noch weg. Okay. Jetzt ist der so harig. Oh no. Das kennen wir ja schon. Vorsicht, Leute. Wird der zu mir, oder was? Ich glaube. Weg hier. Das ist ein anderes Viech. So einen hat man noch nicht. Deswegen. Haut drauf. Haut drauf. Macht ein Blatt. Ja, genau so. Immer drauf. Wieso ist der so zottelig? Oh, meine Ausdauer geht es hier nicht weg, hä? Das ist ja mal richtig geil. Jetzt kommt auch noch so ein Drecksviech zu mir. Oder greift ich den Typ an? Das wäre geil. Äh. Was macht ihr? Da hinten ist nochmal ein Viech. Ich habe es aber nicht gesehen, was... Ach, so ein Viech. Jetzt sollte er langsam mal zu Boden gehen, weil ich habe jetzt keine Ausdauer mehr. Ich probiere dieses Viech nebenbei noch zu erwischen. So, schnell, schnell, zack. Kack, kack. So, gib ihm. Gib ihm. Oh. Boah, das war aber knapp. Geil. Wirklich, man hat ihn so gut gezogen. Was ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Er liegt am Boden. Jetzt hackt ihn. Sehr geil. Uiuiuiuiui. Nicht schlecht hier. Wir müssen woanders lang, oder? Kann ich hier rechts rein? Da oben ist ein Viech. Warte mal. Wir probieren mal da hoch zu kommen. Das sieht geil. Das sieht sehr gut aus. Ah, shit. Hey. Ja, schucken doch endlich runter. Ja, genau so. So kommt ihr jetzt bitte. Oh Gott, da ist er schon wieder so ein Viech. Ja, komm, hör auf. So. Wer macht diesen Stumpf? Das weiß ich halt nicht. Oh, geil. Ich kann mich direkt auf die Leute ganz stützen. Okay, das ist ja mega geil. Das finde ich ja richtig witzig. Ja, der ist tot. Excuse me? Was denn? Excuse me? Jetzt gucken wir mal, wo ich lang muss. Ja. Wieder zur Hauptstraße zurück. Maskelette sind schon wink. Überall sind sie. Das ist der nächste. Da oben. Kann den mal jemand runterholen? Oh, das war zu früh. Der ist ass. Guck mal hier. Ist was? Nein, vorsichtig. Boah. Glücklich. Naja, jetzt ist Tag. Dankeschön. Wunderbar. Oh. Hä? Was ist das? Sind das Zombies oder was? Ich glaube, gell? Stufe 38. CPA. Äh. Sammeln. Okay, weiter, weiter. Warum wollte ich da eigentlich runter? Mal gucken. Also, wir machen aber gleich nochmal. Ah, schon die Nächsten. Ja, wie gesagt. Mal, wenn wir mal richtig Zeit und Lust und alles Mögliche haben. Ich bin der Gott. Ich bin der Gott. Let's proceed. Oh. Fingst mal da. Nehmt das. Oh, da oben ist auch noch wer. Habt ihr gesehen, gell? Schnapp mal uns. Komm runter, komm runter. Komm runter. Okay. Weiter, 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 weiter. We've been traveling together for some time now, haven't we? As a result, we move as one. Oh, da liegen schon wieder hier so diese... Ach Gott, nacht weiter los. Naja, ich weiß, wie es ist. Verdächtig. Okay, ich glaube, das war ein bisschen dumm. Für was? Für was? Ich glaube, sie sehen nichts. Wo denn? Ah, da kommt sie. Was ist das? Ich bin der Löwe freigelübt. Das finde ich jetzt geil. Oh, das Spiel macht so Spaß. Also ich verstehe diese ganz schlechten Bewertungen. Null. Mal ganz ehrlich. Es ist wirklich ein cooles Spiel. So einfach versteckte Eingänge. Wie geil ist das? Ich habe euch gesehen, ihr kleinen Stinker. Aber ich sehe nichts mehr. Oh, das sind einige. Da müssen wir uns beeilen. Komm, schneller hacken. Hier ist der andere. Ich sehe ihn nicht mehr. Da. Guck mal, alle vernichtet? Sieht gut aus. Alter, was für Kämpfe hier. So, hier muss... ...was geben. Ich passe nochmal auf. Ah, ja, aber wo ist der Ding noch? Wo ist der Splitter? Hä? Ich schätze mal, da oben, hä? Na gut. Gehen wir weiter. Die macht richtig Laune, wirklich. Tolles Spiel. Viel zu entdecken. Viel... ...viele Sachen, worauf man dann Bock hat. Zu machen, was ist das? Ah, guck mal. Oh, jetzt wäre es mir recht, wenn der zusammenfällt. Naja, schade. ...sich einfach einen stärkeren... ...gut krieg. Ich habe schon gesehen, hier sind diese Echsenviecher irgendwo am Wasser. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Muss ich ehrlich sagen. Du hast meine Protektion. Gut, ich hacke manchmal ein bisschen unbeholfen hier in der Gegend rum. Das muss ich leider zugeben. Das läuft jetzt nicht ganz so gut. Äh, ich höre was. Aber was höre ich jetzt schon wieder? Hier fliegt was, okay? Und was wurde ich denn jetzt getroffen? Das ist hier! Oh, da sind auch die Wölfe. Da hinten. Da will ich aber nicht hin. Also, weiter. Da hinten kämpft wer. Oh, da ist auch ein... ...Gohlen. Wie lassen das? Kommt ihr lang? Mit dem Golem jetzt zu kämpfen? Da habe ich jetzt nicht so drauf. Oh Gott! Ich wusste, das müsste ich einfach mal in irgendeine Richtung rennen. Okay, das habt ihr im Griff. Ja, das macht es jetzt aber hier schon ein Stück weit interessant, was hier ist. Wer bist du denn? Ja, wenn du was Cooles hast. Fahrt des Winters war es nicht, oder? Nee, Aufträge. Muss mal kurz schauen. Wo waren das hier? Äh. Nee, Höllen, der Schneesturm. Oh, jetzt greift der den an. Ich glaube, ich muss da doch hin. So lange die Harpie mir nicht auf den Keks geht jetzt. Oh, ich muss näher ran. Weicht, äh, sie weicht immer ein bisschen ab, muss ich sagen. Runter, mein Freund, runter. Ah, los, los, komm, 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 runter. Geh mal auf das Mistviech. Das kann schon nerven. Geh weiter. Hier ist die Marke. Hier ist die Marke, Leute. Hier. Nee, da war die Marke. Das macht keinen Schaden. Scheiße. Ja, da bin ich tot, oder was? Ja, also da, sorry. Da benutze ich nichts. Alter, im Sack! Scheiße! Shit! Man darf sie nicht unterschätzen und ich mache es immer wieder. Der hatte jetzt so wenig Leben, deswegen war ich auch ein bisschen arrogant und hab da, ja, kein Problem, kein Problem. Ja, Scheißele war's. Du kannst deine Frisur in Close Papier laden, dein Wort ändern. Ich bin mit meiner Frisur ganz zufrieden. Ach, das ärgert mich jetzt. Die Schwachstellen sind schon diese komischen Medaillen. Ja, und manchmal sind sie weg, was ich dann nicht kapiere. Dann tauchen sie wieder auf. Ich glaub, Rot ist dieser Super-Rage-Modus. Aber... Ich bin schon richtig mit dem Medaillen. Ach, ärgerlich. So, gucken wir mal, wo bin ich denn jetzt? Oh! Oh! Komm! Ich will Rache! Wir nehmen uns nochmal vor. Ich schnapp mir den da oben. Das Teil. So, los geht's. Ah, gut, auch nicht. Los geht's. Nur jetzt aber. Hör mal auf, so wild zu sein. Jung. Bleib mal jetzt so drauf stehen. Halt mich jetzt wieder fest. Jetzt schlag ich, glaub ich, hier unten. Noch mal, noch mal aufstehen kurz. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Das ist doch witzig. Okay, weiter, weiter. Mist, ich komm hier nicht rein. Shit. So, du Mistviech. Was sind das da hinten? Ach. Wie ist denn das so was? Was? Wie viele so, Medaillen noch rum? Okay, so. Wo wollte ich jetzt lang? Hier wollte ich eigentlich lang. Dann haben wir jetzt platt gemacht, das wollte ich. Ach. Hallo, mein Freund. Was ist das? Kaninchenfell. Weiter, Leute. Die kennen wir schon. Ach so, ich wollte ja hier hin. Ich will mir mal hier das kurz angucken. Hier mit den Wertsachen. Okay, alles klar. Wie komm ich jetzt so? So nicht, mein Freund. Okay, das war schon mal witzig. Da ist doch einer. Hier, halb was. Das ist jetzt hier. WAH! Wo bist du? Alter. Mit was tot? NICH嚨! Da kommt noch einer. Wow no! Wow no! Da ist noch mehr. Ach, ich bin geheilt. Ach, ja, komm schon. So, jetzt zu dir. Du lump. Oh, er ist getroffen, shit. Gut. Jetzt aber, anders. Gehen wir schnell hier hoch. Gucken wir uns das mal von hier oben an. Komm hoch. Heidei. So. Okay. Da hinten. Könnte ich mit dem Aufzug hin. Der Aufzug startet. Ja, und wie kriege ich den dann da rüber? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal runter. Sammeln wir mal das Tupen hier schnell ein. Da haben wir noch eine Truhe. Da schläft wer. Illusionspfeil. Also, das will ich probieren. Probieren wir mal da hochzukommen. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Sag ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.